Kannst du dich erinnern an Willi, als du ganz klein warst? Bitte? Als du ganz klein warst. Als ich ganz klein war. Hast du den Willi da kennengelernt? Willi? Als ich ganz klein war. Nein, den Friedel habe ich... Willi. Willi. Mein Onkel Willi. Diesen Onkel mochte ich schon als Kind gut leiden. Wegen seiner spielerischen Art, wegen seiner Zartheit und wegen etwas Drittem, was mir aber ganz unklar war. Dieses unbekannte Dritte machte ihn zu meinem Geheimnis-Onkel. Das kann ich dir nicht sagen, das will ich auch nicht wissen. Ich war nie dabei und wir wollen darüber bitte nicht sprechen. Willi war 1937 wegen Paragraf 175 verhaftet worden. Zuerst in Dachau. Acht Jahre? Acht Jahre. Zuerst in Dachau und dann in Mauthausen. Wissen Sie, was ich mich immer gefragt habe, warum mein Onkel darüber nicht geredet hat? Wissen Sie, was ich nicht gesehen habe. 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 Vielen Dank.